Ich stelle das Burlizumi Pro Leader Jersey vor. Eine neue Technologie. Verarbeitet wurde das Innercool. Innercool ist ein Material, das eingewebt wird, ist kühlend und ist 20 Grad kühler wie normale schwarze Ware. Basiert auf einer Technologie, die eigentlich so zu sehen ist, dass auch die schwarze Hose genauso funktioniert wie die weiße Hose. Eine neue Technologie bei diesem Shirt ist der Silikongrip, der im Rücken verarbeitet wurde. Es ist gegeben, dass man, wenn man etwas in die Tasche reinsteckt, das Material zwar elastisch bleibt, aber die Tasche nicht runterfällt. Bei diesem Shirt weiter gibt es einen Sublimationsdruck auf diesem Material, der sehr hochwertig ist und natürlich auch dieser anatomische Schnitt dieses Shirts und stark eingesetzt wird dieses Teil im Rennradbereich. Das Shirt kostet 139 Euro. Passend zu unserem Leader Jersey gibt es von Burlizumi natürlich auch einen Rennradschuh. Rennradschuh wurde besonders beachtet, das leichte Gewicht. Der Schuh hat nur 195 Gramm in Größe 42, hat also für seine Optik wie auch Funktion einen Eurobike Award erhalten. Funktionen wie diese wären ein Direct-Vent-System in Sohle, wie auch vorne die gelochte Variante des Obermaterials, sodass die Füße ausgezeichnet belüftet werden. Die anatomische Schließe mit drei Klettverschlüssen, die also wunderbar einfach und stufenlos auf den Fuß anzupassen sind, garantieren also eine höchste Passform und geben also ein sehr, sehr gutes Gefühl. Die Sohle, Vollcarbon, erhöht also noch den Trittkomfort und ergibt eine optimale Kraftübertragung auf das Fahrrad. Der Preis dafür ist 329,95 Euro.